Moin moin meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Because Gaming is Fun und let's play Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Ja, letzte Folge nahm ein unschönes Ende für mich. Der gute Hutama hat mir Krieg erklärt. Der kleine Lutscher. Ja, da kommt er mal eben schon hier an mit drei Kampffahrzeugen, einem Marine. Ich hoffe mal, dass er gegen meinen 58er Verteidigungswert der Stadt nicht so viel ausrichten kann. Darf ich darauf wetten, dass er mit noch mehr Einheiten kommt, wie du sie nur noch nicht siehst, die sind schon alle unterwegs. Wie gesagt, im Singleplayer kam er bei mir mit ungefähr 10 bis 12 Einheiten. Ach die Scheiße. Ja gut, wir werden sehen. Also hier bin ich gerade mit meinem Kolonist auf dem Weg zu diesem Feld hier. Da ist einfach eine Menge zu holen. Mal sehen, ob das jetzt so sinnvoll ist oder ob er mir die Stadt leicht zerstört. Ah, gehen wir mal direkt in die nächste Runde rein. Ich merke schon, Civilization ist gleich zu Ende, das Projekt. Season 1 Civilization gescheitert. Wir machen dann gleich Season 2 weiter. Quatsch. Er greift mich nicht mal an. Mein Kampfpanzer wird angegriffen. Rückzug. Alter Schwede, schon wieder so mega viel entdeckt hier gerade. Das ist die Runde. So, du bleibst mal diese Runde noch da. Du machst seine Marine-Einheit platt. Sehr gut. Kein gültiges feindliches Ziehen in der Nähe. Okay, dann verschanzt du dich mal in der Stadt. Genau. Bautrupp, du fährst mal hier Richtung Tabu. Da sollte dir nichts passieren. Huch, jetzt soll ich ein Projekt wählen. Achso, klar. Achso, von der Spionage. Ja. Äh, oh Gott. Ja, genau. Das ist jetzt halt auch neu mit der Spionage. Meine Güte, viel zu viel los gerade bei mir. Ja. Man wählt sich jetzt ein Projekt aus, was man sich als großes Ziel setzt. Äh, ich finde, die machen so fast überhaupt nichts. Diese Projekte. Die du zu Hause hast. Äh, warte mal. Erhöht Chance erfolgreich. Oh Gott. Komm, nehmen wir mal die Einsatzaufklärung. Wer weiß, ob es was bringt. Äh, so. Dann schicken, ähm. Lassen wir den ersten natürlich mal direkt bei uns zu Hause. Der macht Sicherung. Dann schicken wir einmal dahin. Und den dritten. Lustigerweise kann ich keins für dir schicken. Ich war gerade, ich habe gerade so gebetet. Hoffentlich weiß er nicht mehr, welche meine Stadt. Bitte, bitte. Warte mal. Warte mal, warte mal. Welche waren jetzt deine? Nicht, dass ich dir auswesend... Mandira, nee, dir sollte ich keine hinschickt haben. Und ich glaube, ich konnte keine hinschicken. So, dann eine neue Produktion wählen. Nee, wir wählen keine Produktion. Wir kaufen. Willst du nicht lieber Einheiten kaufen? Ja, darum ja. Kaufen wir. Und nicht produzieren. Okay. Die Techjets können nur... Ach, scheiße. Jetzt habe ich mir schon wieder kein Ohr gestellt. Techjets können nur Städte angreifen. Die sind doch übrigens 20 Minuten. Ja. Techjet? Das sind auch die Flugzeuge, oder nicht? Die können auch Einheiten angreifen. Sag mir hier, greift aus der Distanz von... Achso, von einer Basis an. Ah. Dann kaufen wir uns mal ein Techjet. Ist natürlich richtig klar, dass ich mir jetzt den Marine in die Stadt reingestellt habe. Dadurch kann ich jetzt keine andere Einheit da kaufen. Ja. Du kannst lieber produzieren und dann den Marine da rausnehmen und dann kaufen. Ja. Achso, meinst du das? Ja. So, die Alienwissenschaft erforschen wir jetzt mal. Und da gehen wir mal direkt rein in die nächste Runde. Alter, da machen wir mal die Geländefelder kaputt, Wichser. Das ist mies. Nein, ich bin zu dicht dran an dem Außenposten. Oh. Was für den Außenposten? Ja, von Shackleton hier. Ich kann jetzt nicht meine Stadt bauen, bevor ich sie bauen will. Achso, ja, ja. Geht nur drei Felder mindestens entfernt. Deshalb konnte ich ja meine eine Stadt hier auch nicht an Fluss setzen, weil das innerhalb von zwei Feldern von seiner Stadt gewesen wäre. Von der KI. Ja, sicher. Seine Kampfdingenskirchen-Einheit mit einem Angriff von der Stadt platt gemacht. Ja. Eine Kampffahrzeugeinheit. Die Städte sind geil. Die hauen richtig rein. Ich habe im Singleplayer nur meine Belagerung erlebt. Da wollte ich auch mal wieder Gegner platt machen, aber da hatte ich eine Stadtstärke von 89. Das hat sich, das hat für ihn nicht gut geendet. Das ist für ihn nicht gut ausgegangen. Noll. Hat der gerade meine Einheit mit einem Mal platt gemacht? What the shit. Hast du jetzt mittlerweile eine Uhr gestellt? Ja. Okay. Hey, komm. Ich will ihn da angreifen. Hallo. Geht doch. Auch klar, dass Marines den Panzer eher platt machen. Ja, klar. Oh Gott. Ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt hier. Wehe, du greifst jetzt hier meinen Kolonisten an, du Wichser. Dann gibt es aber auf die Fresse. Eine Einheit wurde getötet. Er hat mir Kolonisten platt gemacht. Oh nein. Ja gut, das war es dann erstmal mit dem Kolonisten. Was denn nichts? Das ist wahr. Ey, wo willst du denn, du Wichser? Wichser, du bist jetzt mal schön hier. Ich sollte ja ausdrücken hier, bitte. Doch. Da wollte ich zu Tabo auf den Weg machen. Nee, nee. Äh, doch. Ja, scheiß drauf. Weißt du Bescheid. Nicht wirklich, aber mach mal. Die Leute sehen es, ja. Ja, wie kriegt mein Tech-Jet ordentlich auf die Fresse von seinen Einheiten? Finde ich gar nicht so cool. Ja, Tech-Jets sind nicht besonders stark. So, du gehst da mal raus, damit ich hier noch direkt die nächste Einheit kaufen kann. Was ist denn jetzt mal gut? Raketenfahrzeug klingt gut. Äh, Raketenfahrzeuge sind eher gegen Städte. Okay. Was du möchtest, ist ein Kanonier, oder wie die den da heißen. Ja, Kanonier gibt's wirklich. Genau, und die haben auch, glaube ich, zwei mehr Fernkampf-Derkons. Steht auch in der Beschreibung, dass Raketenfahrzeuge gegen Städte sind. Ja, gut. Ich bin ja nicht so der Beschreibungs- Ich bin ja nicht so der Beschreibungsleser. Ich dachte mir zuvor, du wirklich das völlig falsche bäust. Oh, da steht ja noch eine Einheit von dem. Die hab ich überhaupt nicht gesehen. Das ist schlecht jetzt. Oh, shit. Ist gar nicht gut. Ist dir gerade nicht gut. Überhaupt nicht gut. Gerade nicht, gerade nicht. So, aber die Einheit ist jetzt auch platt von ihm. Dann bitte dir gleich Frieden an und schenke dir eine Stadt oder sowas. Ich sehe es schon, komm. Würde ich hoffen. Sein Angriff ist gleich zurückgeschlagen. Er hat nur noch ein Kampffahrzeug hier. Komm aber auch mit nicht viel an. Wieso hast du dir deinen Krieg erklärt? Wo ist ich schon nicht? Na gut, mein Tech-Jet wird jetzt... Ja, der ist jetzt platt. Kann man nichts bei machen. Äh, du verschanzt dich mal bis zur... Uh, ich... Ach was, der ist aufgestiegen. Das ist ja gut zu wissen. So. Und wieder ab in die nächste Runde. Also das Schöne ist, seine Einheit bekommt auch noch schön Schaden durch den Jasper. Und er bewegt sie da auch nicht weg. Noch besser? Hui. Meine Agenten sind überall angekommen. Ach. Ich kann meine ersten vier Runden losschicken. Also. So. Kanonier! Attacke! Zum Angriff. Aber hallo. Also, jetzt kann ich nämlich auch schon mal erste Operationen auswählen von meinen Geheimagenten. Als erstes mache ich eigentlich immer das Netzwerk einrichten. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, aber... Es ist die leichteste Mission, da ist vermutlich der höchste, äh, Erfolgsgarant. Von daher denke ich mir, läuft. Ja, und vor allem steigen die Spiegeruner dann dabei ja manchmal auch auf. Und dann hast du mehr Erfolg bei den nächsten Operationen. Warum hat der... Warum hat der denn jetzt gerade 50 geheilt? Oder ist hat er der auch einen Stufenaufstieg? Der Sack. Und jetzt ist die Einheit komplett weg. Ha! Gut. Dann tasche davon, wenn du dich mit mir anlegst, da. Jetzt ist die Frage, gehe ich direkt zum Gegenangriff über? Mit was denn? Ich habe ein Kanonier, ein Kampffahrzeug und ein Marine. Ja, cool. Und was macht seine Stadtplan? Äh, er hat eine Kampfstärke von 50. Denk nochmal drüber nach. Ja, gut, vielleicht... Wenn ich dir einen Tipp geben darf, denk zweimal drüber nach. Ja, ist ja gut. Oh, da hat er, glaube ich, schon die nächste Einheit gerade. Da sind nur der Haie. So. Jetzt haben wir in Bereitschaft und ab in die nächste Runde. Ja, also die erste Angriffswelle haben wir auf jeden Fall zurückgeschlagen. Mal sehen, ob da gleich schon was Neues kommt. Oder ob er jetzt erstmal zurücksteckt. Wir können ihm ja jetzt einfach mal ganz dreist, äh, den Frieden verhandeln. Ja, obwohl, warte, da müssen wir erstmal kurz gucken. Und zwar, damit wir Frieden haben, darfst du mir gerne mal Rangie geben. Und zwar, wenn er das macht, dann ist er ganz schön bescheuert, aber... Oh, ja. Inakzeptabel, komisch. Oh, Gott. Ich hab schon gedacht, so Sascha kriegt jetzt einen Punkt, der schubt durch die Decke oder so. Oh, der hat Frieden mit dir geschlossen. Einfacher Friedensvertrag angeboten. Oh, Gott. Ach, und jetzt schickt er da neun Kolonisten los? Wirst du mich verarschen, Junge. Ich muss bestimmt nur verhindern, dass du deine Stadt gründest oder so. Ja, aber es sieht so aus, als wenn er woanders hin will. Achso. Alter, was geht denn hier bei mir gerade ab? Meine Güte. Eine Wasserraffinerie. Ich muss schon als nächstes das Ken- Äh, das Ken-Design. Genau, das Gen-Design. Wir haben ne Quest-Entscheidung. Ein Kiefer was werden. Ein verworrenes Netz. Seltsam, wie die Menschheit jetzt auf diesem Fremdplaneten lebt und sich dennoch abmüht, technologische Errungenschaften aus der Vergangenheit zurückzugewinnen. Jetzt, wo wir die Möglichkeiten eines Netzwerks wiedererlangt haben, sind wir einen Schritt näher an einer vollkommenen, unbekannten Zukunft. Wie diese Zukunft aussieht, hängt davon ab, wie wir unsere aktuellen Technologien einsetzen. Das Netzwerk zum Beispiel verbindet alle unsere Systeme und ermöglicht es uns, unser Wissen digital zu verbreiten, sei es das Technologische oder Kulturelle. Was davon lohnenswerter ist, wissen wir nicht. Freier Unterhalt für Netzwerke oder plus ein Kultur durch Netzwerke? Ach komm, ich mach genug Energie. Nehmen wir die Kultur. Energie geht bei mir mittlerweile sogar auf. Das ist echt witzig. Bei mir hängt das Spiel. Okay. Bei mir auch. Ich glaube wir kommen wieder in den Ladebildschirm. Warum immer wenn ich aufnehme? Schweinerei. Warte mal, jetzt kann ich mal lesen was da steht. Das habe ich letztes Mal überhaupt nicht gemacht. Auf der Erde hatten wir reichlich. Was wir hatten, haben wir nicht mehr. Ja, jetzt haben wir keine andere Wahl als zu ernten, was wir gesät haben und daraus zu schaffen, was wir können. Wir reisen vom Nichts ins Etwas in der Hoffnung, Respekt für unsere neue Welt zu finden. Und da fehlt der letzte Teilsatz. Ja, ich muss aber auch mal ordentlich nachladen hier. Ja. Oh ja. Oh, da kommt noch einiges runter. Wir haben ein Alien-Nest entdeckt. Juhu. Ah, Netzwerke wurden in beiden Stellen richtig eingerichtet. Das ist doch sehr schön. Ey, komm, lad hier nach. Und dadurch wurden meine Geheimagenten auch hochgelevelt. Das sehe ich doch sehr gerne. Komm, du baust jetzt nochmal wieder einen neuen Kolonisten. Oh, schon wieder neue Quest-Entscheidung. Ja, ich auch. Dieser Planet ist geologisch gesehen ziemlich anders als die Erde. In vielen Belangen sind seine natürlichen Effekte weitaus schädlicher, als wir angenommen hatten. Zum Glück haben wir durch dieses neue Observatorium die Gelegenheit, mehr über unseren Planeten zu erfahren und dieses Wissen zu unserem Vorteil zu nutzen. Die Frage ist nur, in welche Richtung wir unseren Blick wenden sollen. Auf die unsichtbaren Neutrinos, die unten entdeckt um uns herum schwirren oder auf die Himmel, denen unsere Augen noch nicht vertraut sind. Mikroebene gibt plus zwei Stadtstärke durch Observatoren oder plus zwei Seebewegungen durch Observatoren. Ja, dann nehme ich mal die Stadtstärke, ne? Bei so einer großen Landmasse macht Sehstärke nicht so viel Sinn. Ach, ich habe einen Jasmischen Repulsor. Oh, sehr gut. Stimmt ja, den habe ich. Die Frage gibst du schon auf? Äh, ich schätze 14 Minuten müssen das jetzt sein. Okay. So, nächste Runde. Achso, nein, das war blöd. Warum? Weil ich jetzt keine neuen Geheim-Operation verteilt habe. Achso, ja gut, die eine Runde. Diese eine Runde kann über Sieg oder Niederlage entscheiden, doch. Eventuell. So, was machen wir denn mal? Ich glaube... Hier versuchen wir erstmal ein bisschen Wissenschaft zu stehlen und da holen wir uns ein bisschen Anarchie. Ja, Ressourcen können wir nämlich jetzt auch wegklauen. Das finde ich ganz cool. Ja. Ich weiß nicht, ob sie einem auch wirklich dann abgezogen werden oder ob man sie selbst einfach nur dazu bekommt. Das konnte ich noch nicht beobachten. Huch, da kommt Saschas Erkunder. Slavisch. What? Ich bin... Ich bin... Afrikanisch. Und schon wieder eine Quest-Entscheidung. Hey! Mensch, ich muss hier viel zu viel lesen. So schlimm, ne? So viel lesen. Ja, Mensch. Mann, 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 Mann. Wie können Sie sich das nur zumuten? Wo Sie doch alle wissen, du kannst das gar nicht richtig. Ja, nett. Jetzt machen wir eben 30 Energie die Runde. So kann man das machen. Vielleicht was machst du sonst anwerten? Äh, sonst mache ich 23 Kultur. Mache ich 24? Und 54 Wissenschaft. Äh, 51. Aber ich habe auch gerade eine Krankheit. Ja, da habe ich drei Gesundheit. Und schon wieder eine Quest-Entscheidung. Mit dem Bau einer neuen Automatikfabrik sind unsere Bürger nicht mehr an manuelle Produktionsarbeit gebunden. Sie können ihre Energie für edlere Zwecke einsetzen. Aber was ist mit der Automatikfabrik selbst? Die automatisierten Systeme produzieren alles, was wir uns wünschen. Den Zweck müssen wir aber vorgeben. Wofür wollen wir sie einsetzen? Für den Handel oder für den Verbrauch? Plus ein Handelsweg durch Automatikfabriken oder plus eine Energie? Über die Energie. So viel handeln tue ich nicht. Sieht man eigentlich, wie viele Handelswege man noch frei hat? Ne, keine Ahnung. Also ich bestimmt irgendwo. Aber wie weiß ich jetzt auch nicht. So, mein Name ist... Sag mal, willst du hier schon wieder angreifen, du Penner? Ich glaube, der erklärt mir gleich wieder den Krieg. Meinst du? Der stellt sich hier gerade mit zwei Kampffahrzeugen an seine Grenze ran. Okay. Also an die Grenze zu mir. Habe ich mir nichts gedacht. Ja. Das sollst du dich mal trauen, du kleiner Wicht, du. Keine Gnade werde ich mit ihm haben. Hm, nächste Runde. Nein, okay. Er kommt nicht zu mir hin. Das ist schon mal gut. Er ist einfach stehen geblieben. Wahrscheinlich aber nur absichern die Grenzen, weil er Angst hat, dass du gegen andere startest oder sowas. Das kann sein. Ich stehe ja jetzt auch mit drei Einheiten an meiner Grenze da irgendwo. Ihr fühlt ein sehr freundschaftliches Nachbarschaftsverhältnis, wie ich merke. Auf jeden Fall. Komm, hau mal noch ein Kanonier raus vor sich selber. So, und das Kampffahrzeug begleitet mal bitte meinen Kolonisten. Ich will nicht, dass das nochmal weggeschraubt wird. Ich habe schon alle Gebäude gebaut, die Gesundheit geben könnten, aber... Ich habe irgendwie immer noch minus eins. Ah, das ist nicht so gut. Ja, komm gleich. Ich habe gleich das Gendesign, dann kann ich ein Gengarten bauen, aber dafür fehlt mir eine Stufe von Reinheit. Hm. Eine Produktion wählen. Dann hau doch mal die Zeltzuchtstation raus. Okay. Da kann ich jetzt gerade schon wieder nix mehr bauen. Komm, dann gehen wir mal ein bisschen mehr auf Forschung noch. Machen wir mal eben jetzt 64-Forschung, die Runde. Läuft. Ja. Das ist gut. Nicht wahr? Und nächste Runde. Wir können noch eine Produktion wählen. Ja, dann mach das doch mal! Ich bin doch dabei! Mann, 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 du. Erhetze mich nicht. Doch. Ui, die KI bettelt sich hier dick mit den Aliens. Okay. So, eine neue Produktion brauche ich schon wieder. Dann hau mal... Das... Ja, komm. Nehmen wir das. Und... Und, 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 und... Was nehmen wir denn noch? Aha. Was ist aha? Ach, nix. Was? Eh, keine Ahnung. Ich guck gerade nur ein bisschen. Hauen wir mal... Ja, ich kann mich gerade nicht entscheiden, welche Forschung ich als nächstes anhauen soll. Taktische Robotik gibt mir... Spezialeinheit der Vorherrschaft. Okay. Generalkontrolle oder Knotenpunkt. Ja, doch. Autonome Systeme klingt gar nicht verkehrt. So, aber jetzt ist auch erst mal wieder Ende im Gelände bei mir. Achso, dann mach noch die Runde, dann kamen wir in die nächste Runde klar zum Anfang. Alles klar. Oh, warte mal. Stimmt, ich muss noch meine Einheiten hier kurz weiter schieben. Oh. Da stehen schon wieder Aliens bereit, die meinem Pionier-Andil klöten wollen. So, ab in die nächste Runde. Irgendwas passiert. Achso, okay. Alles klar, Leute. Da ist ja einiges passiert, diese Folge. Wir haben einen Angriff zurückgeschlagen, haben die geheimen Projekte gestartet von unserer Spionageanlage, sind auf dem Weg zu unserer vierten Stadt und ja, nächstes Mal geht's langweilig bei Krischi weiter. Nein. Nee, gute Leute. Dann danke ich euch jetzt erst mal wieder vielmals fürs Zusehen und wie gesagt, nächstes Mal geht's dann bei Krischi weiter. Haut rein. Tschö.